Der Tübinger SPD-Abgeordnete Dr. Martin Rosemann wurde am Wochenende von seinen Parteigenossen zum Kandidat für die Bundestagswahl 2021 gekürt. Von 47 anwesenden Abstimmungsberechtigten stimmten 46 für Martin Rosemann. Es gab eine Enthaltung. Rosemann zeigte sich in den sozialen Netzwerken erfreut über die Wiederwahl und dankte seiner Partei für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und eine großartige Zusammenarbeit.